Heute stellen wir Ihnen die LED-Schreibtischleuchte Daylight SL27SI näher vor. Durch das moderne Design und dem geringen Energieverbrauch ist die Leuchte ideal als Büro- oder Nachtischlampe geeignet. Über das elektrostatische Bedienfeld können Sie zwischen drei verschiedenen Lichtfarben wählen. Die Lampe ein- und ausschalten und die Helligkeit in fünf Stufen dimmen. Des Weiteren können Sie die LED-Schreibtischleuchte über das mitgelieferte Netzteil oder über eine USB-Buchse mit Strom versorgen. Vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß mit Ihrer LED-Schreibtischleuchte Daylight SL27SI. Ihr Team von Pollen Elektronik.